Aber ja, so rückwärts, so rückwärts geht. Damit geht der Film los. Du, wie gefällt es euch denn? Ist es cool? Oder ich meine, ich frage jetzt mal. Was denn? Das hier alles. Das habt ihr mir ja ermöglicht, weil ich doch bei dem, wie heißt das nochmal, beim Notar war und dann konnte ich doch nicht. Dann habe ich gesagt, ich wünsche mir das und dann hat der Heinrich und die, das wisst ihr gar nicht, nachgegeben, dass wir denen das gestalten. Ihr wisst das nicht. Aber du kommst ja wieder wie immer zu spät. Nein, der war. Wieso? Der Greta hat mir fünfmal angerufen. Nicht einmal, dass ich drauf, aber sehr schön. Also Sabine hast du natürlich. Die hält alles zusammen. Die ist die wichtigste Frau. Die hat mit ihrem Charme und der hat also. So, jetzt beruhige dich. Bettina hat halt keinen Hut auf, aber du könntest doch einen Hut aufsetzen. Kannst du einen Hut aufsetzen? Ja, ich wollte den. Jetzt muss ich mit meinem Auto wegfahren. Kann ich bitte mal? Brauchen natürlich alle. Da muss man immer in den Ton, Bella Obermein. Da geht man so vorbei. Gehen die, wie in die richtigen Zeit. Wir tun so, als was wir tun. Tschüss, Mann. 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 Got it all on. Yeah. This is just there. The eggs are not eatable. Ja, look. Okay, dann zoome ich das mal ran und dann, das Wichtigste, der Künstler selbst. Sehr schön. Oh, und wie schön siehst du der Malerei. Oh, das habe ich dem Armin noch gesagt, dass du dieses schöne Teil hast. Hältst du mal? Ja, das ist sicher. Schau, ich bin halt so gern gefilmt. Sehr schön, ich auch nicht. Ich habe alles Haars drauf. Sehr schön, das ist drauf. Schau mal. Jetzt machen wir es. Da müssen die Frauen jetzt weghören. Ist die Sophie süß? Ja, wie ich das? Ich werde sehr auf meinen Bild hier fokussiert, aber... Ja, ja, eine... Bei der Arbeit ist ein... Es ist uns gelungen, eine echte Künstlerin in Aktion. Du, sag mal, da gibt es verschiedene Texte. Du, da gibt es verschiedene Texte. Du zoomst entweder hin oder du gehst hin und zoomst wieder weg. So kannst du einen ganzen Film gestalten. Perfekt, oder? Ja, ja, weil du normalerweise... Ich habe keinen Zoom. Doch von dem... Ach so, bei dem hier. Weil das oberste Geburts... Theo, das oberste ist überhaupt, sagt mein Freund, dass man bei den Aufnahmen niemals zoomt. Das zoomt bringt das Geile auf den Standbild, dass du die Strahlen siehst. Haben sie aber auch fünf Jahre später. Verstehst du, wenn du heute diese Werbung siehst, wo in der Mitte irgendein Punkt ist und die Strahlen außenrum... Das ist natürlich dann mit dem Studio und nichts mehr. Aber es kommt von der Zoom-Beschichte, währenddem du filmst. Weil wenn du dann weg gehst, hast du das so außen und richtig. Und das hier, das hat verschiedene Texte, finde ich irre. Und wie finden wir jemals die Christen, wenn es toll ist, dass die Besucher sich befinden. Habt ihr eigentlich von eurer... Äh, auch welche eingeladen? Du warst die einzige, die mir die Karten gegeben hat. Ich habe gestern noch fünf Stück. Also diesen, der das gemacht hat, der war dann später bei uns im McDonalds neben Frank gesessen und hat schnell was weitergeschaut. Wie heißt der, Rudi? Irgendwas. Der das Rathaus bespielt hat. Der war vorhin da. Was soll der vom Weltraum? Ja, 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 der war vorhin da. Rudi, wie heißt du noch? Rudi. Der war auf dem Schlauch. Ja, 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 der war aber da. Echt? Der hatte einen Mann, ich war mit dem verabredet. Ich dachte doch, der kommt abends. Ich geh doch immer aus. Der war vorzumiert. Der hat gemeint, er ist müde. Ja, 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 weil das war... Lecker. Heißt der Bäcker mit dem Namen. Rudolf Bäcker. Der hat eben dann nebendran gesagt, er hat in den letzten 15 Jahren, hat er 1500 Künstler, an denen München vorbeigegangen. Sehr schön. Halt, mein Sonnabred. Habt ihr übrigens mein T-Shirt sehen? Das habe ich vier Jahre nicht mehr angehabt. In diesem, da hat Tim Morrison und James Dean gewohnt. Ah, die kommen nachher auch noch. In diesem Haus hat James Dean gewohnt. Und Jim Morrison. Echt, das ist also in San Francisco, Sanseep Boulevard. Das geht dann, wenn du zum Ocean fährst, rechts rauf. Und wir haben auch noch Bungalows. Und es ist ein sehr schönes Haus. Das finde ich ja, vor allem der Text. Also zwischendrin die melodiöse Situation. Das ist in der Liebbar. Wo ist jetzt deine Arbeit? Das ist meine Arbeit. Ich dachte, das wäre seine. Nein, die Malerei ist von mir. Das ist deine Arbeit. Die loben dich. Ich wollte doch dich nicht loben. Nee, dann, okay. Bei Frauen muss man doch grundsätzlich. Aber das Ding ist cool. Ich habe ja auch meine... Du meine ist ja auch eine Lumex. Wir haben schon eine Sekunde dazwischen, dass du dir um die sofort... Ja, das ist doch echt. Ich habe auch eine Lumex. Ja, das ist so. Die machen die besten Videoaufnahmen. Echt? Die Panasonic. Also ich habe damit die KISS abgefilmt. Und sechseinhalb Minuten. Und mich interessiert der Film nicht. Weißt du, was die Geheimnis ist? Damit kam man eben drauf, dass du das Standbild während dem Film machst. Also pro Sekunde. Stopp und go wie stottern. Und das haben wir schon vor 15 Jahren gemacht am Screen. Und du kriegst aus den Standbildaufnahmen. Die kannst du ja dann auch so auf dem Board. So vorwärts, rückwärts, millimeterweise. Da kannst du, wie gesagt, das mit dem Zoom hat damals überhaupt noch gar keiner gemacht. Und da hast du gesehen, dass das dann so abstrahlt. Wahnsinnig toll. Das ist deine Arbeit. Beschimpft du da keine Männer oder irgendwas? Also du bist in Harmonie. Okay. Also der Armin und ich, wir sind uns... Kann ich direkt machen. Wenn es anders gibt. Wenn es anders gibt. Also das ist sehr schön. Also der Armin, der war mit mir mal der Host von... Der war vom Freitag der Host. Und hat mit 23,5... Hörst du? Ja. 8000 Mark für den. Der hat jeden Freitag 2 Mark damals noch pro Besucher gekriegt. Und manchmal hatten wir 1100 oder mehr Leute. Und dann hat er gesagt, Armin, wo hast du denn dein Geld hingetan? Dann haben wir Jahre gesucht, dann haben wir es rausgekriegen Drogen. Der hat überall geparkt, wo er wollte. Dann muss der in den Monat ungefähr... Also richtig was... Bist du das oder ist das... Kennen wir denn? Wer ist das jetzt? Jedenfalls... Wir haben... Der hat mir so ein Buch gekauft mit lauter solchen Teilen drauf. Ah, okay. Und es richtig dach haben wir. Richtig toll. Das ist halt unser Flyer, dass wir halt eben, wie gesagt, eine neue Location suchen. Fällt mir auch in der Straße? Sehr schön. Check das mal ein. Jetzt hab ich keine Ahnung, kenne ich jetzt dann irgendjemanden? Wenn einer dann ohne Hut kommt, dann kenne ich den. Ach, das ist... Der Leonid kennst du das? Ach klar, das ist der Leonid. Jetzt komme ich mit. Selbstverständlich. Ich habe gehört, du bist bei der... bei der Kness vorne, oder was? Ja, alles gut. Ja, dann gehen wir doch jetzt mal hin. Sind das alle auch deine Künstlerfreunde? Grüß Gott. Das ist super mit diesen... Na gut. Sehr schön. Und du schaust ja heute richtig ordentlich. Also ich meine... Oh, ich... Oh, da gibt es... Da gibt es Mondsch... Du, die Damen kennen sich. Schatzilein. Die Damen kennen sich. Sehr schön. Das Wichtigste... Du brauchst... Du brauchst mich nur... Andreas, du brauchst mich nur mit den zwei. Grüß Gott. Wir haben uns noch... Ich verkehrt nie, ihn gesehen. Wenn du anrufst, dann denke ich es ganz so wichtig. Jetzt gibt es da welche, die stehen vor 7 Uhr abends nie auf. Rein lächeln, da ist es gut. Das ist sehr schön. Und Bettina, dein Hut. Zauberhaft. Echt. Das ist es. Dann kommt hier der Künstler. Du schaust schnell noch rein. Sehr cool. Angenehmig. Grüß Gott. Sehr schön. Das ist ja ganz bescheiden. Das haben wir es ja wieder nicht geküsst. Nein, jetzt lass doch mal. Wenn du so in Schutzmaßnahmen... Ich wusste doch, dass du kommst. Jetzt muss ich dich bei einem anderen... Jetzt. Wie? Hier ist ja richtig was los. Verzeihung. Echt? Warte mal. Muss man ja nur übereinander haben. Das ist ein guter Winkel. Ja, total. Echt. Das ist ja unglaublich. Der hat einen Fotoschauffer. Sehr gut. Wie nah darf man den ran? Bis so. Okay. Und dann... Weißt du, ich will das so, dass ich dich hab und im Hintergrund ihn. Weil das sind ja zwei Welten. Die kriegst du ja nie auf eine Platte. Aber ich schon. So schaut's aus. Wer ist das? Achso, der meint das. Ist das dein Ehemann? Ach ja, ich merk schon. Sie gehören dazu. Echt cool. Ja, 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 wer hat denn das gemacht? Ja, so schickt man dich. Da komm ich rein, dann wird das sofort geschickt. Echt? Von ihr oder von wem? Ja, nicht von ihr. Die kann doch... Wie sollen die Fotos... Eine Legende, jetzt schon, trotz ihrer jungen Jahre. Das ist Susi Kessler. Hi. Ja, ja. Das ist der Michael. Der kennt die Rede. Irgendwo haben wir uns schon mal getroffen. Ja, ja. Und zwar bei irgendeiner Veranstaltung, wo ich auch da war. Mein Gott sei Dank hast du gesagt, wer du bist. Weil ich hab wirklich für drei Millionen... Das hat natürlich 25 Jahre gedauert, aber wenn man bei mir dann manchmal das nicht dazu sagt, der andere hat mir gesagt, das wäre eine ganz tolle Party, die er immer macht. Und da würde ich doch gerne kommen. Ich weiß, das kann ich nicht. Ich klicke ihn, was du überhaupt hast. Es tut ihm auch noch dazu. Ja, 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 ihr könnt ihn auch noch und rum. Weil ich hab dann gerne zwei Ausdrucke im Lied. Hast du das? Ja, aber bestimmt noch mal die Kurschmeißung. Ich hab jetzt halt gelesen. Das kann ich natürlich auch noch besprechen. Ja, aber wollen wir uns heute noch zeigen? Ja, den zeige ich ihm heute noch. Na, er hat das damals vielleicht nur versprochen. Wir hatten ja sowas dabei, dass wir das jetzt hautnah machen. Also du hast mich, verlierst mich bitte nicht. Gut. Also, ist das jetzt echte Früchte oder sind die gemalt? Also, Früchte, das Biet? Ja. Nein, das Biet. Ja, genau. Ich finde das Schönste und das Wichtigste ist, dass einer auch mal sich selber grüßt. Ich, ich bin's. Andersrums so. Ja. Also, wenn du so ausgestattet bist, hast du keine Chance mehr. Ja, ja, sehr schön. Alle davon. Was ist denn jetzt? Weißt du, wie? Bist du? Klick doch an. Ja, ja, ja. Ich bin Dr. Metz. Äh, also, der beste Schreiber in der deutschen Sprache von Schweiz und Österreich ist auch Künstlerin. Ja, Gott sei Dank. Auch ein paar Normale. Danke. Wem gehören die Financial Times richtig? Grüß Gott. Das ist die wahre Kunst. Mein Freund, Andy Warhol, hat die Kunst aufgegeben und hat nur noch Business-Kunst gemacht. Das ist beliefert. Er hat gesagt, weil wenn's nicht gut ist, dann geht er out of business. Das waren seine letzten ein Jahr oder zwei. Hat er ein Statement gebracht und total. Aber gut, ich hab sie alle drauf. Weißt du, was das Schlimmste an meiner Filme ist, dass ich immer drauf drück, du, das ist ganz ernst, ich drück immer drauf und dann vergesse ich's und dann denke ich, ich film und da ist es leer. Und dann, wenn's unten hängt und dann an den Randstein geht, dann mach ich das ungefähr 20 Minuten. Dann hat ein Freund von mir gesagt, hast du deinen weltweiten Einfluss? Ja. Oh, 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 oh. So einfach magst du nicht. Ganz toll. Also ganz toll. Nein. Ist hier, sorry, hi. Ist das the work and you just the workers? Or ist das the work in progress? We are working. This is the work, okay. This is the Ausstattung. Very nice. This is where the porn happens. Okay. Cool. Ich hab hier Ding getroffen. So heimsel. Ich schick dir den jetzt wieder. Ich hab mein Handy's hier. Oh, oh. 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 Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Das ist die Real-Legend. Mirko, du weißt doch, in Hollywood, wenn sie ankommen, müssen die Kameraleute immer so zurücklaufen. Die Leute laufen normal. Und dann kommt man hier zum Höhepunkt. Bist du noch die Benita? Wie geht's dir? Ja, du bist die Benita, stimmt? Ja, genau. Ich hab dich ein bisschen größer in Erinnerung. Das macht wahrscheinlich die ... ... hinten dran. Sehr interessant. Okay. Felix Oma will unbedingt ins P1. Echt? Oberkuh, ja. Sehr schön. Ja. Im Deutschen Museum fragt schon ständig, ob das hergibt. Das Teile braucht dann auch für den Raum 321. Das macht ja nicht mehr die Beine, die wir vorher haben. Der Abfilter und die Fußfessel. Da braucht man kein Stativ, wenn man so steht. Ja, genau. Ja, ja. Aber ist der Effekt ... Was? Theo, ist der Effekt so gut, dass es so ... Wie? Ja. Ist völlig frei. Okay. Sehr schön. Code-Word braucht man auf Toiletten. Natürlich. Sonst geht's nicht. Code-Word. Was machst du? Was hast du für ein Grund? Ja, ja, ich ... Rock'n'Roll. Sehr schön. Das ist mein Freund, der grundsätzlich mit mir sich immer gern streitet. Er wetzt seinen Geist an mir. Ich fahr einfach an ihn so vorbei. Danke. Ein bisschen Action. So. Total. Okay. Das ist der Mann, dessen Partys ich leider nie besucht habe. Das sind die coolsten Partys. Dafür spielt er meine Musik in seinem Auto. Bist du sicher? Ja. Nur weil ich keinen Laden sah, tut der Heimhaus. Also mach das bitte noch mal. Ihr Satz und Hütter nebeneinander. Okay. Also ich muss ... Ich habe gerade wie ein alter ... Sehr schön. Man muss das, wie bei allen Straßen, muss man immer so auf langsam ... Und du bist jetzt die Kuriatore. Ich bin nicht die Kuratorin. Nee, die Initiatoren. Mhm. Ein Gallery-Talk. Sehr schön. Ich hab dich nämlich auf ... Hier gibt's kleine Performance. Natürlich nicht deiner. Also ich sag da jetzt ein Geheimnis. Er hat reine Orgel versprochen. Ja, ja. Ist auch ein Original. Ich sag was ... Der Orgel ist erstgespräch. Erstgespräch im Beirat. Ich bin jeder eine Vogelpackung. Ich weiß, ich gehe frustriert nach Hause. Ich kann mit der Maria Hand zur Hilfe rufen. Bitte, bitte. Sieh gut. Das war so gut. Wie der Baden war denn? Wie kamen vom Australia? Wie kamen vom Australia? Wie kamen vom Australia? Die zwei, die waren so was von scharf. Und die wieder träumen an der Kreuzern. Also das ist Cocoa. Die zwei, die mit ihnen haben wir geredet. Die Bettina hat sich ganz mühsland. Aber sie hat gesagt, ey, wir kriegen zwar nicht so viel. Ja, ja. Die hat gesagt, jetzt geht das los ... Jetzt kommt das ganze Blut. Auf geht es hier. Ja, 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 ja. Ja, toll. Ich bin noch ein bisschen, also, ich bin noch ein bisschen, ja, ja. Ich bin noch ein bisschen, und dann kommt das neue, neue Herdung, mal rein, ich bin noch ein bisschen. Ich brauche ja, jetzt, ich brauche das, das ist doch sehr cool. Hast du die Christstück gesehen? Nein, die haben wir jetzt mal gesehen. Das war's in der Zeit, das war's in der Zeit. wir müssen jetzt, we're weeps, we're weeps, we're weeps. Oh, we're weeps! You promised this would be over soon Let the desert be a land of madness We'll all go insane Man for you might just carry us today Darling, we'll be okay But your hate won't keep us warm at night We'll hang on with your thirst We'll still have miles and miles to run before we're safe You'll keep your enemies close Oh, Joe No one ever compares to you Oh, Joe You promised this would be over soon Father's proud Mom is breaking down Your sons are digging themselves into the ground One day to go Is like money in the bank You count your Oh, Joe I can't believe I'm in love with such a fool I can't believe I'm in love with such a fool Hey, Joe I can't believe I'm going on Oh, Joe Ich habe immer wieder weg und schlafen Gestern war ich zu Gast bei einer Wrestling-Preisverleihung Und die ergreifenden Geschichten der jeweiligen preistragenden Wrestler Haben mich an meinem Bundeskupunkt erwischt Meiner Menschlichkeit Die wahren Siege an diesem Abend waren wohl die Fans Die Aftershow-Party hingegen war völlig oberflächlich und fake Als mir der Undertaker erzählte, wem er so die Hand schütteln würde hinter den Kulissen Kam mir dann auch schon wieder der Brechreiz Ich tat dann so, als würde ich ihn gegen das Schienband treten Und erhellte meine jungen Jahre gegen das Boden Klappstühle und Baseballschläge wurden mir gereicht Doch es soll ja bekanntlich am schönsten sein, wenn ich gehe Mein Weg nach Hause war geplastert von Hürden, die zu nehmen waren Beim S-Bahn-Surfen habe ich mir einen Zug geholt Meine Augen sind vergollen Unterdessen traf ich noch eine der Gestalten, die man nachts nicht treffen will Meinen asiatischen Avocado-Sushi-Lieferanten Und ich denke mir so, hi Und dann denke ich mir so, wow Keine Ahnung, ob der Typ meine Sprache spricht Alter, du bist so ein Arsch Der Typ bringt dir Essen und du hast keine Ahnung, ob es dir gut geht So, also frage ich ihn Alles klar bei dir? Und er spricht so kein Wort Deutsch und lächelt nicht Und ich denke mir nur, fuck, ich bin so ein Sack Und ich sage noch, Ni Hao Denn das heißt Hallo auf Chinesisch und haue ab 100% ist der halt aus Japan oder Vietnam oder Korea oder irgendwas anderem, was nicht China ist Das war der Tiefpunkt meines Lebens Der Arme Mein größter Schreck ist ja meine grenzenlose Empathie Ich habe dann sein Fahrrad geklaut und bin mit dem zurück nach Hause in den Wald gefahren Da geschah es dann auch, der Grund für alles hier Auf einer strahlend heiligen Lichtung, auf welches sanft der Mond schon fiel Machte ich eine kurze Pause und lauschte der Idylle, als urplötzlich vor mir eine Kröte des Weges sprang Und es einen lauten Knall gab Entsetzt beugte ich mich herab zur weißen alten zerherrften Kröte Sie trug eine Kutte und lange weiße Haare und hatte eine Pfeife im Mund Und sie flüsterte Auserwählter Diesen Pfeil habe ich für dich abgefangen Es war alles sehr magisch und sehr bedrückend Du musst nur unser Volk an meiner Stelle führen Rette uns Aber Kröte, sagte ich Ich habe noch so viele Fragen Hör einfach auf dein Herz, Junge Hör auf dein Herz Gerührt von dem dramatischen Tod des Krötenanführers Wusste ich, dass ich nun Wort halten musste Entschlossen zog ich mir den Leichnam der Krote auf meinen Kopf und sofort wurden wir eins Dann hatte ich noch ganz schön Hunger Hat mir da halmschnell Spaghetti gekopft und gebastelt und geschlafen gegangen Das Aufstehen heute Morgen glich einer Tortur Erst einmal musste ich ja meine Zähne putzen Danach habe ich mir noch das Gesicht gewaschen Das Wohnzimmer musste ich dann auch noch saugen Fingernägel musste ich abweißen und die Kaffeemaschine entkalken Dann habe ich noch meine Nase putzen müssen Das Bett macht sich auch nicht voll alleine Den Hund habe ich dann auch noch schnell gebürzt Aber jetzt bin ich hier, bereit etwas zu ändern Da ich nun der Auserwählte bin, habe ich eine Menge Verpflichtungen Die Puzzlestücke meines Plans fügt sich langsam zusammen Erst die Ecke, dann der Rand, dann langsam auch der Inhalt Ich empfange die Botschaft der Kröte durch meine Haare Vieles da draußen hat sich zu unserer aller Ungunsten zugetragen Und es ist an der Zeit, meine Freunde, die Tiere und Menschen dieses Landes aufschreien zu lassen In Anbetracht der Missstände Diese Welt hat uns geprägt und nun prägen wir mit bestimmter Kraft Den Abdruck unserer entschlossenen Faustknöchel in die Visage der Bourgeoisie zurück Eure Lügen hallen in unseren Wald hinein Doch unsere Reformen hallen doppelt so laut zurück Mit der Kraft des Scheiß, die aus unserem prallen Backen her niedersaust Oh, das war cool Das muss die neue Krückenkraft sein Ich versuche es auch mal mit einer packenden Rede Das neue amphibische Zeitalter hat begonnen Ihr, die ihr da draußen seid und Schutz sucht Ihr Vergessenen und Ewigvergesslichen Und die, die immer an alles denken und niemals an Geburtstags vergessen Ihr, ich bin euer Heiland, ich bin euer Lichtblick Ich bin der aufgehende Stern am Firmament dieser korrupten Welt Ich vereine sie alle, Freund und Feind, Wasser und Land, Salz und Pfeffer Du dort, Reh, du wirst uns Schlafsäcke nähen Aus den Gedärmen unserer Feinde, den Ewiggestrigen Und sie werden uns warten halten in den kältesten und einsamsten Nächten Denn das Feuer unseres Gedankenguts Lodert in jedem Stich, den deine filigranen Hände gesetzt haben Zusammen gründen wir als Stadtstaat tief im Wald In dem endlich niemand mehr wegsieht Wenn einem jemand das Kaugummi der Feigheit unter das Pult der Rechtschaffenheit kleben will Ich kann deutlich spüren, wie die Kraft in mir wächst Folgt mir, wenn ihr euch bereit seid Ich führe euch durch das Tal des Schmerzes Und dann führe ich euch durch das Tal der Engstinnigkeit Von dort was besteigen wir die Anden des Verrats Um dann leicht und befreit von ihnen herabzurollen In ein weiteres Tal, dem unseren Ja, hört mich an, seht mich an Die kollektive Unterdrückung des hydrophilen Geschlechts Endet mit dem Beginn meiner Ära als euer Befreier Wir müssen wieder an etwas glauben Und du dahinten, Papagei Du wirst unser neuer Arzt sein und das örtliche Krankenhaus leiten Danke! Dein Krächzen beweist mir, dass du die Energie fühlst Und bereit bist ein jahrelanges Studium zu beginnen Die Wiesel werden uns öffentliche Einrichtungen bauen Wie Kindergärten und Bibliotheken In denen der Bestand unserer amphibischen Rasse gepflegt Und intellektuell zu immer neuen Ufern getragen wird Folgt mir in eine bessere Welt Eine Welt der Amphibolie In der ihr frei seid zu entscheiden Ob ihr eure Cornflakes mit Milch essen Oder auch im Milch wie Cornflakes trinken wollt Schwestern und Brüder Übt euer tafferstes Quaken Und sattet die Pferde Wir reiten los Gen Goldgrillen Horizont Und Wir schreiben auch fertig Was mach ich jetzt? Applaus Ich würde mich gerne an der Wand stellen Und wieder in Einsamkeit versinken Applaus 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 Da ist er, grüß Gott Zugabe Das ist mein Freund der Daniel Hallo Das ist mein Freund der Armin Grau Der war doch lustig in so ein Parkspieler gewesen Der hat eine 23,5 Jahre schon Genau, heute geh ich aufs Häusle 8500 Euro Das musst du ja auch verarbeiten Stimmt, das hab ich aber noch nicht Naja Das war richtig cool Das ist der Tischjogging Reinhold, äh, Dinges und äh Ich hab ja alles drauf Wieso hast du mir diese kleine Kinder? Oh mein Gott, ey, wo ist er da? Oh, das sehe ich ja jetzt was Grüß-Otto, muss man sagen Grüß-Otto, muss man sagen Grüß-Otto, muss man sagen So, ja, sehr cool, alles da. Keiner hat mir gesagt, dass es mal ein Hämmer-Tür-Dings ist. Was jetzt noch anders anziehen, haben wir ja gesagt sofort. Süß mich findet man nicht. Ich weiß, dass die Deutschen noch nicht sind. Ich weiß, dass die Deutschen noch nicht sind. Ich komme mal schnell an das T-Shirt. Wir haben vor allem Danke. Ja, ja, ja. Man rennt rum, keiner sagt einem was. Du, und fotografier fleißig. Keine mehr wie dreimal, na, Humorenlage. Ja, 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 ja. So. 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 Dann nehme ich noch... Dann nehme ich nämlich noch meine... Ich habe meine Sonne. Das ist wichtig, weil jetzt scheint auch die Sonne. Und dann... Und dann... Sehr schön. Jetzt geht's hier gleich ab. Das ist ja auch in der Hallesbaum. Das ist okay. Das ist ja auch in der Hallesbaum. Mhm. Jetzt geht's zum fünften Mal hier hoch, weil das Geld habe ich auch noch vergessen. Und dann... Der Greta musste mich zum Cola einladen. Mann, ja. So. Habe ich es jetzt? Dann... Okay. So. Jetzt haben wir alles. Danke. Das ist wirklich ganz wichtig, weil... Du, aber der Daniel ist mein Freund. Der Pfarrer. Den habe ich irre gern... Der neben dem DJ stand? Äh... Der neben dem DJ stand. Mhm. Der mit dem... Das finde ich so toll. Da hat er die Jage gemacht. Auflässig. Aber ein Kran. Der habe ich mir bei der Dings... Äh... Bei der Chris auf der Party in dieser Sendlinger 46. In dieser... Off-Space. Und da hat doch jeder eine Kopfbedingung gemacht. In seinem Haus hat sich eine Perikel geholt. Und weiter. Der ist obergeil. Aber mit dem soll ich es ein bisschen unterhalten. Der ist mein... Totales Webern. Echt. Also der ist richtig... Absolut. So. Jetzt habe ich Geld auch. Kann ich meine Freunde einladen. So. Jetzt habe ich's. Oh. 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 So. Jetzt haben wir's. So. Oh. Ich hab den Ding gefunden hier. Wen? Nachdem du mich gefragt hast. Der Ralf. Nein. Den hab ich gefunden. Wie heißt der Ralf? Nee, du meinst du? Karl, den Karl hab ich gefunden. Ja, 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 Karl ist in dem Fressen. Ja, ja, ja. Der Tollste ist jetzt der mit dieser Dingsjacke und der hat sich aber sein kleines Pfarrer. Mein Pfarrer, also total der Jungpfarrer und der hat so, Theo, ich habe noch nicht mal eine Putzschirche. Ich muss nur die 220 Leute direkt nehmen. Also der ist jetzt für die gesamte Bayerische Jugendkirche zuständig. Das war wahnsinnig toll. Wir waren nämlich bei der Chris, der war da auf der Sendlinge, 46 auf dieser Partie, von dem 19. Also der Hausarztin, den Neukopf direkt und Koli hat den Weihnachtärzt. Das ist ganz wichtig dafür, dass die Leute, auch wie nennt man das, zur Überdienste. Weil Pfarrer haben weltweit ein Problem. Die haben keine Freunde. Also die wären immer zu ernst, die wollen auch leben. Das ist wie bei Zahnärztin. Also das ist, verstehst du? Also ich habe gemerkt, ich habe sowas mit dem Pfarrer, habe ich in Wiespa anders schon gehabt. Die sind, also der eine, der ist mit mir gefahren, wie heißt es, Thüringen oder Tübingen, wo so tolle Ausstellungen sind. Tübingen hat Weltrum, die haben so einen Professor, der macht vor diesem Ausstellung ein Ding. Obwohl das so klein ist, Tübingen, hat das richtig. Also total, da ist der mitgefahren, wir haben ja im Auto dann Peggy, so. Also Pfarrer haben im Allgemeinen die Leute, die sind so, verstehst du, die haben ja, die wollen ja auch, weil die sind, die werden halt immer als Heilig zum Kurschen. Die Leute sind dann so befangen. Ja, 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 die Unterhaltung. Ganz wichtig. Das nächste ist der Haderstück. Ja, also einmalig mit viel zu selten behandeln. Einsteigen, warte mal. Schau her, keep on rocking, keep on smiling. Ihr seid die Ersten. Paris Launch habe ich dir, glaube ich, noch eine gegeben. Okay, dann war die gut. Und dann habe ich eine, dann bist du das nächste Mal dran. Okay. Ich habe oben noch eine Tonne, aber ich habe jetzt nicht so viel mitgenommen. Vielen Dank. Ja, ja, ja. Alles klar. Und zwar, du singst. Du got the blues. Du got the blues. Du got the blues off your shoes. And you will play a game. And she said, you will want to play. Give on smiling. Das ist auch noch alles meine eigene Freundin. Grüß Gott. Das Theaterstück und alles aneinander. Ihr wollt jetzt noch so ein bisschen Grüß Gott. Das ist die, wie lange habe ich noch die erzählt? Die Russische. Ja, ja. Die auch mal Russisch. Da habe ich noch einen jungen Buchstaben drauf. Möchte ich mir als T-Shirt. Und der Daniel, der Fahrer ist auch noch. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, 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 ja, ja. Das war so ein Streif. Keiner hat mir was gesagt. Wir können mal schnell ins Büro, da tu ich das so nicht. Du. Was denn? Du bist auch zuständig. Du weißt, wie die geht. Und doch, alle, mach ja nicht immer alle machen was. Ich möchte keine Fotos machen. Sabine, das hat doch die Güte. Das machen der Armin manchmal auch mal so ein bisschen zwischen. In deine Tasche. Jetzt komm mit, dass die Fotograf links geht. Sabine, wo bist du? Danke. Das ist die eigene. Das ist dein Fan. Du machst schon die ganzen Fotos rein, oder wie? Für morgen. Ich freue mich. Ach, für heute. Das muss jetzt auch heute gewürdigt werden. Was, nur die? Ach so. Sehr schön. Aber Putti ist doch richtig gern Kaffee, Wurst und Pommes. Ja, der war ja Spion. Und Spione, Dresden ist ja seine Lieblingsstadt. Und ich habe alles jetzt drauf. Und Dresden war ja seine Lieblingsstadt. Und die hat er dann auch mal ein paar Mal besucht. Und da gibt es natürlich im Osten, sind unsere Errungenschaften für die das Allergrößte. Das heißt, die haben gefühlt wieder das auch wieder. Also bei der Benita gab es eine wahnsinnig schöne Geschichte, wenn es jetzt eine Schäfin ist. Dann erzähle ich dir halt. Die Benita hat mit einer Besessenheit im Neubau von der Akademie der Kunst vor vielen Jahren bei einem Vortrag ihre Message an diese Tafel gehängt. Und ich bin rundherum und habe Grüß Gott gesagt und so und kannte die noch nicht. Und hinten war ein Künstler, ich glaube aus Tschechoslowakei oder sonst was, ein Riesenfan von ihr. Und dann hat er zu ihr gesagt, Benita, Benita, ich habe dir drei E-Mails geschickt. Und du hast mir nicht einmal geantwortet, dreht sie sich um und sagt, das ist sie. Aber ich habe sie wahrgenommen. Sabine, das ist doch die Situation. Wenn einer ins Sacko greift. Ich klaue ihm was. Echt, danke. Sehr schön. Dass ich diese Augenblicke noch miterleben darf. Was brauchst du denn? Ach, den musst du jetzt wohin tun, oder? Innen rein, oder was? Ähm, Führer! Kidnaz, please kidnaz. Okay. So schauen Sie mal, ich habe auch schon gesehen. Oh Gott! Was ist jetzt? Sehr schön. Ganz kurz. Schau her, das ist die Benita, die da unten spricht. Siehst du, mit der Lügerinste. So, und jetzt, komm. So, und jetzt, kommst du. Geil Das meine Karte, die Kenza Hey, bang Hey, big guy Wenn Sie resten, mal so zwischendrin haben. Rohol hat immer gesagt, ich darf gerne, dass alle auf ihn warten und wenn er dann kommt, wäre nothing happen. Also warten Sie immer auf nothingness, aber bei euch muss ich sagen, das ist deine Freundin. Wie meinst du das? Ihr seid ein Team. Weißt du, dass mir immer passiert, dass ich immer das Teil anhabe, denke ich, und dann habe ich es nicht an. Und wenn ich es umhänge habe und es schleift am Boden, dann habe ich immer eine Viertelstunde drauf zum Crodois von der ganzen Welt. Dein Hund und nicht mehr die. Also ich mache es. Also ich mache es. Ich mache es. Ich mache es. Ich mache es. Das ist natürlich mit der Kamera sehr streng. Wir machen mit der Kamera... Also, die Sache ist, das wird ein Event. Das wird kein Geburtstag. Das wird ein Event. Ja, ja, ja. Das wird ein Monster-Event. Und du spielst einen Song. Okay. Und ich tanze den Song. Auf der Theke. Sehr schön. Teo Crash. Aber noch mit Wasser. Ja, aber nicht viel. Ja, ja. Ich weiß noch, wer irgendjemand mehrartig gesucht hat. Na gut. Und der andere muss im... Wie heißt es? Der Chris muss es im Haus da drüben so langweil geworden sein, dass sie einen ganzen... Wie heißt es? Hofstadt mitgenommen hat. Und jetzt hier mit rein. Und was du hörst von Mirko, zeichne ich schon auf. Hab ich ja vorhin schon. Danke. Sehr schön. Gut. Dann wird es mir jetzt auch schon weg. Okay. Ja, dann. Ich kann mit Video dann zusammen irgendwie veröffentlichen. Deswegen dauert es halt einfach immer alles zusammen. Also. Sehr schön. Ja! Ja, aber ja noch mal schnell. Ja, natürlich. Mensch, Theo, geh mal aus dem Bild oder was? Hallo! Halb neun, sehr schön. Sie soll ins Leben schauen. Das war süß, nämlich ganz stark. Das ist besser. Da geht jetzt nach dem Bild. Nein, das war ausgelöscht. Ja, nein, nicht. Hab ich schon Hallo gesagt? Heute waren wir nicht gebraucht. Heute sind wir heute nicht gebraucht. Ja, ja. Und vom Mirko krieg ich, hab ich schon meine Maschine an. Krieg ich einen Mitschnitt. Dann haben wir zwei neue CDs. Also mit dem, ich misch, ich schneid schon alles mit. Ich glaub, du brauchst einen Stroh an, oder? Ja. 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 Ja, aber der Daniel ist dann einmal da und hat Süssi mitgebracht. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Wir müssen den Dancefloor öffnen. Nein, es ist doch gleich eine Performance. Ja, danach dann, wenn alle drin waren. Ja, ja, ja. Dann geht's ab. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Also, du bist dran, habe ich ja besprochen als erstes, aber dann müssen wir auch etwas machen zum Porträtieren. Ich mache das mein Weg, das heißt, ich fotografiere analog, weil ich einen Tierabfilm habe. Mit dem schmeiße ich es an die Wand, wir suchen aus, was dir am besten gefällt, machen einen Film durch oder zwei und dann suchen wir das Beste aus, alles drauf. Hier ein kleines Gespräch mit der Originalsteller. Und alles, also Tierabfilm, gehen mit der Lube, schauen auch an, und da machen wir das. Weil in der Kunst es auch erlaubt, mit dem Projektor zu arbeiten. Wir danken Ihnen für das Gespräch. Ah, Sie sind die bekannte Stella. Ja, 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 ja. Weißt du, was das Schönste ist? Ja. Sorgs. Nicht an dir. Was wollen wir dir machen? Vertrau dir. Erstens. Ja, nevon wir. Es wäre das wichtig. Sie müssen die Gemüse aus, als ich gefällt mir nicht. Und das, was du? Was ist es? Ich bin heute mal wieder. Ich habe es noch mal wieder, hier gerade. Ich bin heute mal wieder! Ich bin heute da, ich bin heute draußen, ich bin heute hier. Ich bin heute noch Hahn, bei der es ist. � Ranges, ich bin heute noch nicht, bin heute. Ich bin heute hier angeht. Ich bin heute hier eine Rundfahrt. Ich bin jetzt hier als Rundfahrt. Jetzt mal wieder rüber lang. Wer bist du eigentlich? Ich heiße Theo Clash. Theo Clash. Nein, wenn das jetzt passiert mir immer. Theo Clash. Theo Clash. Heute ist der Abschied das Wichtigste. Verstehst du, weil wir müssen alle gehen. Keiner weiß man. Stange. Weißt du, bei den Stars müssen doch die Fotografen immer so das ganze Pulk so immer vorlaufen, damit die die richtig draufkriegen. Ja, genau so. Und jetzt rechts und jetzt links. Ja, und da Putin, grüß dich. Ja, super. Sehr schön. Sehr schön. Jetzt, äh, ja, da drüben ist doch jetzt gleich eine Performance. Echt? Ja. Was ist das Tollste? Sie macht die Party. Da ist eine Performance. Ah, ja, da drüben ist das Tollste, die heißt Adina und die ist wirklich weltweit inzwischen. Das Tollste ist, wenn du den an hast, hast du an einem Abend 15 Visiten können. Ja, weil jeder kommt doch an und sagt, Weihnachten, wenn du nur so geht's, brauchst du gar niemanden anreden, da stehst du mit so einem Pullover dran und dann, ob das New York, das ist wirklich mein Café. Ob das New York oder Chikar, was jetzt Weihnachten? Schon bist du mit einem Fuß in der halben Verlobung. Alles drauf. Ob das New York oder Chikar, was jetzt noch ein bisschen. Ja, ja, ja. 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 I can't believe I'm in love, I'm such a fool, I'll pay you toll, I feel gold and gold. Applaus! Ich habe immer wieder schlecht geschlafen. Gestern war ich zu Gast bei einer Wrestling-Preisverleihung und die ergreifenden Geschichten der jeweiligen preistragenden Wrestler haben mich an meinen gründesten Hund erwischt, meiner Menschlichkeit. Die wahren Sieger an diesem Abend waren wohl die Fans. Die Aftershow-Party hingegen war völlig oberflächlich und fake. Als mir der Undertaker erzählte, wem er so die Hand schütten würde hinter den Kulissen, kam er dann auch schon wieder in der Brechreis. Ich tat dann so, als würde ich ihm gegen das Schienenmeintreten und der Held meiner jungen Jahre ins Boden. Klappstühle und Baseballschläge wurden mir gereicht, doch es soll ja bekanntlich am schönsten sein, wenn ich gehe. Mein Weg nach Hause war geplastert von Hürden, die zu nehmen waren. Beim S-Bahn-Surfen habe ich mir einen Zug geholt. Meine Augen sind vergollen. Unterdessen traf mir noch eine der Gestalt hin. Ja, sehr schön. Aber was meinst du so? Wege mich. Wege mich. Malerei und Plastik. Echt? Das ist ja ganz toll. Ich bin eine Grenzgängerin. Ja, das ist ja wunderbar. Als ich so alt war wie du, habe ich mich zwischen verschiedenartigen, weil ja das schon wie Frauen bewegt, und da war ich auch Grenzgängerin. Das ist immer noch Grenzgängerin. Ja, das geht ja darum, wo wird die Malerei aus und wo fängt sie an? Das ist sehr interessant. Ja, das finde ich auch ganz interessant, dass du eine formale Auslandschaft hast. Ja, 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 also das ist sehr angenehm. Bist du jetzt erst gekommen? Ja. Nein, ich bin schon länger hier. Das ist ja wirklich sehr schön. Und habe ich dich schon mal in der Akademie gesehen? Ich habe dich noch nicht gesehen. Okay, das ist schon mal sehr gut, weil wenn mich jemand noch nicht gesehen hat, dann hat er noch kein Vorort. Ja, 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 ja. Da drin ist eigentlich performing. Jeder hat seine Strafe verdient. Geh schon rein. Ich war da. Also war schon. Ich war da. Also war schon. Nein, ich habe sie, sie singt. Ich habe die, äh, die Lena mehrfach, also bei mir auf dem Ding, und ich war ja eine Generation mit den Besten. Habe ich auch ein bisschen Ahnung. Und sie ist zwischen Mamas und Papas und die Birds und solche. Also richtig zwischen Weltbands. Könntest du das etwas besser sagen? Nein, nein. Darum, da ist man sich nicht gemütlich. Es ist auch eine totalen Konzertwahl. Und dass du in Englisch... Also verstehst du? Aber der, der jetzt das vorliest, der hat den selben Text vorhin schon vorgelegt. Da habe ich das schon richtig gesehen. Als solche. Aber es ist trotzdem eine schöne Performance und ein paar Parten. Ja, ist ganz angenehm. Du sag mal, und kennst du eine, die heißt Anna Diez? Ja, der Name sagt mir etwas, aber ich kenne sie persönlich glaube ich nicht. Was ganz strange ist, die kenne ich auch nicht. Die kennen fast alle. Und die hatten eine halbe Seite in der Süddeutsche gekriegt. Sie wäre in London gewesen, da und dort und im Tät und so und so. Und dann hat die eine halbe Seite in der Süddeutsche gekriegt. Was macht die denn? Ja, Malerei oder sowas. Dann habe ich gedacht, das gibt's ja gar nicht. Wie geht denn das, dass die in der Süddeutsche... Ja, gerne. Ich meine, die Susi Gelb hat ja auch ein bisschen. Ich bin jetzt in der neuen Generation mit euch. Weil ich bin früher immer alleine rein. Da war die Susi Gelb, die Gabi Blum und Dana Lörken und solche Leute. Und die sind ja jetzt raus. Jetzt habe ich die neue Generation. Also die Chris geht jetzt auch bald. Das ganze hier wackelt. Wie heißt du denn? Amelie. 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 Dann hörst du mich. Dann halte ich mich an die neue Generation. Also einige sind schon... Felix ist cool. Die Bianca. Und so ein bisschen... Anna Nadler. Und da muss ich sagen, das ist von der Bettina. Ich sage immer, Bettina, du hast mich nicht... Ja, die sind... Nee, nur nicht. Da ist noch einiges offen. Ja, ja. Ich meine, da wollte jemand aufbreden auf 10 km. Ja, die sind jetzt. Die sind da drin. Geh nur rein. Mhm. Ja, ja. Also das finde ich sehr schön. Als Grenzgängerin zwischen... Äh... Läuft das? Mann! Ich hab irgendjemanden. Und dann wichtig ist, dass man nicht außenrum, sondern durchkriegt. Verzeihung. Sehr schön. Das ist der Schränk am Brain now. Und dann immer durch. Entschuldigung. Ach so! Ja, 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 ja. Und man kocht immer so auf die... Wo war der? Dann mal... 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 Die tollste Kunst empfinde ich am heutigen Abend, ist sein Jagd, weil er sich ja nie in sowas seien. Aber damit es sich ordentlich heute mal ein bisschen ausschaut. Einmal im Jahr kann er das schon machen. Jetzt hat er von dem schon den Anzug geklaut. Ich hab's gewusst. Also es kam ja so. Au, au, jetzt ist das ganze Ding. Du bist gerade die Hüfte so gerader. Sehr schön. Okay. So zwischen zwei Schultern. Vordergrund nach Bildgesund. Und dann hatten wir...